Sehr geehrte Damen und Herren, liebe katalanische Community, liebe Freunde und Freundinnen Kataloniens. Wir, die Vertretung der Regierung von Katalonien in Deutschland, freuen uns, Sie zu unserem virtuellen Nationalfeiertag zu begrüßen. Bereits zum zweiten Mal in Folge findet er aus den bekannten Gründen online statt. Aber wir hoffen fest darauf, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam in Berlin feiern und ja, auch mit Ihnen anstoßen können. Damit Sie sich aber trotz der Beschränkungen wie unsere Gäste fühlen können, haben wir für Sie ein Programm aus verschiedenen Themenbereichen zusammengestellt, das Sie für kurze Zeit zumindest im Geiste nach Katalonien bringen sollen. Wir sind sicher, dass für alle etwas dabei ist. Für diejenigen unter Ihnen, die sich für Wirtschaftszahlen und Unternehmenskultur begeistern, lege ich unsere PDF-Broschüre ans Herz, die Sie ab sofort auch in der Druckversion erhalten können. Gerne hätten wir sie Ihnen persönlich überreicht. Sollten Sie Interesse an einem Exemplar der Druckversion haben, zögern Sie nicht, sich mit unserem Büro in Verbindung zu setzen. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne Ihr allgemeinwissen über Katalonien auf die Probe stellen möchten, empfehle ich das Online-Katalonien-Quiz. Um sich darauf einzustimmen, können Sie Ihr Wissen über Land und Leute auch über das Video unseres Katalonien-Tourismusbüros erweitern. Hier wird die Grande Tour durch Katalonien vorgestellt, über die Sie Ecken und Enden, alle Ecken und Enden des Landes wortwörtlich erfahren können. Worauf wir aber besonders stolz sind, ist, dass wir den Pianisten und Komponist Carlos Casas dafür gewinnen konnten, dass er uns die Türen seines privaten Studios in den wunderschönen Vorpyrenäen öffnet. Für gute 40 Minuten entführt er uns virtuell aus dem hektischen Alltag und vermittelt durch sein Klavierkonzert die Ruhe und den inneren Frieden, die uns manchmal bei all den Schreckensnachrichten, die uns aus aller Welt erreichen, abhanden kommen können. Jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne Diade der Katalonien und gute Unterhaltung mit unserem Programm. Auf bald!